Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 2 und mir ist eine Sache aufgefallen, die wollte ich Ihnen zeigen, weil ich keinen Schnitt drüber mache zu der anderen Sache. Ich bin hier in Scab Island, da ist Nacht und wenn ich hier aufs Schiff komme, von so einem Dread, ist trotzdem Tag Hintergrund drin. Das heißt, wir nehmen einfach für jede, sozusagen, es gibt auf jeder Insel einen Teleport auf diese Map und diese Map teleportiert sofort auf die Weltkarte hier. Und, ja, das alles. Das heißt, es wurde nicht aufgeachtet, ob Tag oder Nacht ist. Schade eigentlich. Viele kleine Details im Hintergrund, die echt fehlen. Ich traurig, weil so viele andere Details gibt es halt. Na egal. Bis gleich. Oh, hell no! Das Buch, die Freude am Hexen, hatten wir uns ausgeliehen und die liegt jetzt auf dem Prinzen da. Ah. God. God. Wartet mal. So, ich hab das jetzt mal rausgesucht und ich versuch mal, ob ich es nochmal kriegen kann oder ob ich es jetzt von dem Dicken zurückholen muss. Pardon me, miss. What do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Could you find The Joy of Hex? The Joy of Hex? You've already checked that book out, Mr. Toothrot. Anything else? They won't be needing any more books just now. Remember, books are the treasure of the mind. So, warte mal eben. Schiffsfolge des Jahrhunderts ist das eine. Big Whoop, Legende oder Realität, das werde ich weiter brauchen. Dann suchen wir uns einfach irgendein Buch aus. Machst du das jetzt? Numerology for Beginners. Hm, ich muss das erinnern. Vielleicht kann ich mir das leihen. Ich hoffe, das brauche ich nicht. Ich hab einfach Ren Rines gepickt jetzt. Entschuldigung, miss. Was do you want this time? I'm looking for a book. What book are you looking for? Could you find Numerology for Beginners? Lustig wäre aber, wenn das jetzt zufälligerweise das Buch wäre. Okay, here you go. Anything else? Wenn ich das Zahlenrätsel erklärt kriege, hätte ich von dem, von dem, äh, von dem Typen in der Gasse hinten. Don't slam the door on your way out. Ja, 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 gib ihn nicht am Sack. Numerology for Beginners. This is a pretty useless book. I'm not even sure why I checked it out. Das ist doch super. Laut's hier. Da können wir hinten hergehen. Oh. So, da sind wir wieder. Ich brauche leider das Buch da wieder. Aber hier, ich könnte das dafür da lassen. Das merkt aber schon keiner. The Joy of Hex. Ich denke, es ist für advanced Voodoo-Praktitioner. Die Wrichtung ist viel zu technisch für mich. Äh, und habe mich da durchgelegt und habe es mir schon ausgelegt. Ich wusste eigentlich, dass ich es noch verbrauchen werde. Aber wie ärgerlich. Aber gut, ab damit zur Voodoo-Lady. Gut, alles klar. Da sind wir. Back again, Mr. Threepwood. Ich habe ein Buch von Voodoo-Räspies für Sie. Gut. Wie viele Crab Scalps soll es sagen, Sie benutzen? Thirteen. Gut. Das ist das, was ich gedacht, wenn ich diese experimentale Batsche aufgelöst habe. Danke. Erinnern Sie, nur ein Dab oder du ja. Na gut. Auf zum Friedhof. Mit dem Friedhof können wir dann vielleicht den Typen wiederbeleben und der sagt uns dann, wo wir die Karte finden können. Ich dachte, ich hätte Salz gebraucht. Um den wieder zu beleben. Irgendwie ganz komisch. Voodoo-Salz oder so ein Scheiß. Ich weiß nicht mehr, wie ich da aufgekommen bin. Vielleicht war das im anderen Spiel? Na egal. Egal. Weil es so aussieht wie ein Gewürz. Vielleicht deswegen. Äh, du bist tot. Und, äh... Du bist tot, Raph. Was? Du hast dein letzte Timber gebrannt. Ich bin tot. Ich bin tot. Das ist alles, was ich muss tun, bevor ich weitergehebte. Perfect Plump Swin Cooked Wiener Technologie? Nein. Ich habe nur dieses knackige Gefühl, dass ich das Gas an in meinem Restaurant lefte. Das macht mich verrückt. Okay. Ich habe gesagt, ich bin für Big Whoop. Big Whoop? Hehehehe. Ich nehme das Geheimnis mit mir zu meinem Haus. Der Buster ist schon im Grabe. Oh, du hast es mit dir? Great! Du kannst meine Partie auf dem Map für Big Whoop, aber nur wenn du mir ein favorierst. Kannst du mir das Gas an in meinem Weenie Hut für mich? Was für dich? Du bist tot. Bitte? Gib mir das Gas an ich dir das Gas an. Check das Gas an ich dir das Map. Klar, ich werde es checken. Danke. Hier ist der Schlüssel. Na, wenigstens haben wir den Schlüssel noch bekommen, bevor der wieder zur Asche wurde. Ei, ei, ei. Eine friedlose Seele, weil der Gasherd an ist. Ein schweres Schicksal eines Kochs. Benutze Schlüssel in die Tür, also geh erst in die Tür, da kannst du ihn benutzen. Okay, hier ein Oklotto. Äh... Sie sind leer. Aber... Ich kann trotzdem die Pickles riechen. Ist auch geil, Pickles sind eigentlich Gurken. Und er redet von Senf. Es ist mit alten Griezen und Pferden. Ech... Es ist mit alten Griezen und Pferden. Ech... Es ist öffnet. Es ist leer. Es ist mit alten Griezen. Einerseits für den Bakedown-Weenie-Jus. Und diese harten Partikeleffekte, die hier geladen werden müssen. So, machen wir hier nochmal lebendig hier. Well? You were right, the gas was on. I turned it off. Thanks. I guess where I'm going I won't need this map anyway. Thanks. Now I can rest in the folds of the earth, like a steaming weenie in a soft, fresh bun. Thumbs up, yeah nice. Ich finde, wir sollten also respektvoll seine Sagen auch wieder schließen. Mach's gut, Alter. Du hast die besten Würstchen gebraten, die es zu braten gab. Sehr gut, wir haben jetzt zwei von vier Kartenstücken. Wird bei der Stelle mal speichern, oder? Spiel speichern. Inhalt wird gespeichert. Thank you. Wie können wir denn jetzt? 55%? Oh, drei Spiele, Alter. Spiel fortsetzen. Die nächste Karte war... Wir haben noch die auf Booty Island im Laden. Da müssen wir noch das Schiffe finden. Und... Die andere... Wir auf Fat Island? Ich mach zwei Teile für Karten für Big Whoop. Ja, ist ja klar. Jetzt bei der... Können wir zwei für Easy Eye, no shit. In der Hütte auf Fat Island und in der Liquiditätenladen auf Dings, genau. Da unten kann man gar nicht mehr hin. Schön. Wo willst du gehen? Ja, äh... Ab nach Fat Island würde ich sagen. Once again. Ah... LeChuck, Sir, I just wanted to report that we have finished building the new torture chamber you requested. Very good. Do you have anything else to report? Ah... No? Well... There is one other small little thing. I assume this has to do with Guybrushes capture? Well... Sort of. You've allowed him to find the second map piece, haven't you? You fool! You ought to ready your ship and sail after him yourself. Find him or die! Nein! Welchen Grund hätte er eigentlich, äh... Also Lago... Welchen Grund hätte er an der... Bei der Maus ist weg. Warum? Komisch. Okay. Wollt zum Häuschen. Am Strand hier können wir nix machen. Ja, Wasserfall. Da wird man irgendwas noch brauchen? Ein Werkzeug oder sowas, glaube ich. Aber ich überlege gerade, wo ich eventuell noch Werkzeug herkriegen kann. Wir gehen mal da hoch. Äh... Jedenfalls... Was hat Lago eigentlich für ein... Für ein... Äh... Was hat er von LeChuck wieder zu beleben? Äh... Ist ja nicht so, als hätte er ihn gut behandelt oder so, ne? Na gut, was haben wir denn hier? Zwei Teile von... Big Whoop. Oder Schatzkarte. Ähm... Ähm... Ich glaube nicht, dass ich das hämmern sollte. Nicht? Naja, gut, dann eben nicht, ne? Das ist eine schönes Beine. Ich sehe nicht was Besonderes daran. Was ist das? Wer hätte sein können, mal irgendwie... Einer meiner Lieferanten. Das scheint nicht zu funktionieren. Bewaren von Piraten. Was macht das in einem Piraten-Spiel? Würde ich sagen. Äh... Das weiß ich aber nicht weiter. Hier kann man wahrscheinlich ganz sicher... Du musst aber abstellen, wenn du einen Weg findest, die Puppe zu bestätigen. Äh... Beschädigen? Vielleicht kannst du hier... Wenn du ein Tier benutzt. Soll ich den benutzen? Einen Tasmanischen Teufel? Geh zur Bar auf Scap Island und finde den... Einen Affenschlüssel. Was? Was? Geh zur Bar. Where do you want to go? I don't want to disturb him. I wouldn't want to do that to an innocent monkey. I don't want to hurt him. I don't want to get the monkey mad. No thanks. Too many bad memories of piano lessons. Excuse me. Yeah boy. Nice place you have here. Well, see ya. Excuse me. Yeah boy? Groud please. I'll need to see some ID for that. Will you accept a temporary library card? Let me see it. Consultant, you look more like a florin inspector to me. Alright, can I get you that drink now? Yeah, I could really use it. Name your poison. What do you got? Well, we have some specialty drinks here at the Bloody Lip. Like Yellow Beards Baby, Bloody Stump and Blue Whale. I'll have Yellow Beards Baby. Well, you can try, but I don't think nature's on your side. Just give me the drink please. Hey, I have to crack jokes. It's a union thing. That'll be one piece eight. Okay. Here you go. And here's a complimentary crazy straw. We give them to all new customers of the Bloody Lip. Bartender, give me a drink. Name your poison. Give me a bloody stump. I can't. Chainsaws out of gas. Hahaha, hilarious. Yeah, I crack myself up. I need one piece eight. Okay. Here you go. Nice place you have here. Well, see ya. Na gut, wir haben jetzt hier das. Äh... Gelber Drink und blauer Drink. Ich glaube, die mussten gemischt werden für den grünen Drink, genau. It's a green drink and a broken glass. Ich glaube nämlich, das macht die Spucke besonders... äh... weit. Also besonders schmierig. Irgendwie braucht man das für den Spuckwettbewerb, glaube ich. He's cute. Okay, können wir mit dem was machen? Sag mal, ja. Vielleicht gibt's einen Weg, den Affen hier mitzunehmen. Ja klar, logisch. Ich hab doch ne Banane. Hey, don't bug the monkey! Aber ich lass den doch... Hallo? Ich denke, das würde sehr sportlich sein. Das scheint nicht zu funktionieren. Kann ich den aus der Küche rauslocken? Okay, dann war's das nicht. Okay, dann war's das nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich spielen kann. Ich weiß nicht, wie ich spielen kann. Was ist ein großartiger Organ. Das scheint nicht zu funktionieren. Es ist ein empty, broken Drinking-Glass. Ich werde mich auf den brokenen Ecken. Ich kann das nicht fehlen lassen. Hey, was hast du mit meinem Piano-Spieler gemacht? Geh an und mach meine Unternehmung. Danke für nichts, Junge. Nein, danke. Zu viele schlechte Erinnerungen von Piano-Lehnen. Okay, jetzt hab ich einen Affen dabei. Wow. Es ärgert mich ein bisschen, dass man bei manchen Sachen einfach nachguckt. Ich mein, wer kommt auf die Idee, die Banane aufs Metronom zu stecken, um damit den Affen zu hypnotisieren? Ich darf den Affen nicht direkt ansprechen, aber ich darf ihn passiv mitnehmen. Das ist ein bisschen komisch. Ja, das ist halt früher das Game Design gewesen mit Logik und so. Da bin ich grad gespannt, wie sich der dritte Teil von Ron Gilbert da verhält an der Stelle. Ich hoffe schon, dass die da ehrlich gesagt ein bisschen moderner geworden sind. Where do you want to go? Aber das sehen wir ja dann. Das sehen wir ja dann. Weil das wird kommen. Ich freu mich schon richtig drauf. Das hier sind so Spiele von der Kindheit und wenn da wirklich sozusagen ein originaler dritter Teil kommt, ist schon geil. Weil ich das Monkey Island 3 The Curse of Monkey Island auch sehr, sehr cool fand, muss ich sagen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Werden wir uns auf jeden Fall auch angucken, denke ich. Wenigstens noch. Jo Jo Jo, viel Spaß. Ich mein, wer soll denn auf sowas kommen? Ehrlich? Wer soll auf sowas kommen? Da kommt kein Mensch drauf. Das ist einfach völlig random. Neu entdeckt das große Loch. Hey, so redet man nicht viel über die Nachbarin. Was? Oh, guck mal. Wir sind an einem Häuschen angekommen. Eine groteske Statue. Es ist eine groteske Monkey Statue. Hallo, Mr. Monkey. Äh, Sir. Oh, gut. Ist das vielleicht die Galleonsfigur? Egal, wir gehen das mal hier rein. Surprise! Yes? What do you want? I'm selling these fine leather jackets. What do you really want? Okay. I'm looking for a map. I knew it. Look, kid. I'm sick of you would-be treasure hunters coming over here. I just inherited this house two months ago. And every single day all I've heard is rap tap tap. Do you have a treasure here? Why can't you people just go away and leave a retired pirate in peace? Ah, ganz bekanntes Lied. So. Please. No. Pretty please. I said no. All I want to do is come in for a minute. Leave me alone. I won't touch anything. I'm tired of being hassled. I'm Guybrush Threepwood. Prepare to die. So. You want a sword fight, do ya? Sword fighting's for wimps, weenies, and sissies. Giving up so easily? Wow, this game's a cinch. I have a better way to solve a dispute. Real pirates solve their differences with a drinking contest. Drinking contest? Come on in. I'll get us set up. This is my special grog. It's just for contests. Twice the alcohol, twice the calories. I hate having to waste it. Here's your drink. From what I'm told, nobody can drink the special contest grog without feeling faint. Looks like an awful lot of grog. But I've been practicing. You know, most of the treasure hunters just leave when I ask them to. I don't like to mix my drinks. I don't like to mix my drinks. That doesn't seem to work. Looks like an awful lot of grog. I don't think that'll work. I don't want to suck that. But it won't get you into my house. Looks like an awful lot of grog. Are you sure you don't want to back out? No thanks. I'm a pro. You drink first. Just what I expected. Just what I expected. Oh, my head. Oh, my head. was mit dem, auch nochmal was zusammen mischen müssen. Aber gut, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Bis dann, bleibt gesund und ciao.